Joho, verehrte Zuschauer und herzlich willkommen zu Minecraft-Runner. Das hat euch das letzte Mal sehr, sehr gut gefallen, wie ich hier rumgesprungen bin und mich an... Johooo, an Minecraft-Skins ran gemacht habe. Es ist mir eigentlich ein bisschen peinlich im Nachhinein, aber euch bestimmt auch, deswegen... Was hab ich denn eigentlich gerade gehört? Ist da gerade... Keine Ahnung, was da gerade war. Ich habe irgendwas vernommen. Bestimmt werde ich gleich ermordet bei meiner letzten Aufnahme auf diesem Dachboden. Das könnte nämlich tatsächlich, also das wird nicht die letzte Aufnahme vom Dachboden auch sein, die ihr zu sehen bekommt, weil ich an der Vorproduktion bin und ich mix das im Nachhinein alles durch, damit das so von, weißt du, dass das immer so geil ist, damit das so passt vom Uploadplan. Müsst ihr jetzt nicht wissen. Ist Businesskram. Malmatik, Algorithmen, wie auch immer. Jedenfalls aber für mich zeitlich könnte das hier die letzte Aufnahme auf dem Dachboden sein, wenn ich jetzt nicht plötzlich irgendwie noch, also ja, eigentlich schon. Und das ist ja super spannend und auch ein super trauriger Moment und ich habe mir da jetzt einfach mal Runner ausgesucht, weil das ja so entspannt ist. Da wollt ihr, dass ich die Lobbys drin lasse, da wollt ihr, dass ich einen Scheiß mache und das muss ja, also Scheiße machen ist schon was, was ich kann, habe ich mir so sagen lassen. Nee, also das wird einfach wieder super crazy shit jetzt. Ich renne hier so ein bisschen rum, versuche ein bisschen was zu reißen. Habe jetzt gerade schon richtig Scheiße gebaut fast, aber hat ja doch noch irgendwie funktioniert. Ich bin begeistert. Es ist super, wie das funktioniert hat. Super, super, duper. Okay, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen hier, dass ich mich nicht ein bisschen verrenne. Versteht ihr? Wegen Minecraft Runners verrennen muss man aufpassen und so weiter und so fort. Und naja, ist ja auch. Bananas, wie geht es euch heute? Ich weiß nicht, doch heute sollte, keine Ahnung, warum rede ich eigentlich andauernd über den Uploadplan? Das ist super uninteressant. Aber ich hoffe, es geht euch am heutigen Tage gut. Ihr könnt ihn genießen, könnt ihn nutzen. Wenn es euch nicht so gut geht, dann seid euch bewusst, dass es euch irgendwann hoffentlich mal wieder gut gehen wird. in den meisten Fällen. Und an... Ach, du Depp, was hab ich gemacht. Was war das, bitteschön, frag ihr mich. Ich springe einfach nach unten vollkommen in die... sonst was wohin. Das liegt daran, weil ich vielleicht einfach nur reden will. Vielleicht will ich ja gerade gar nicht spielen. Vielleicht will ich ja gerade gar nicht gerade sagen. Irgendwann hört das auch wieder auf mit dem Gerade. Ich hab mich schon bei einem Psychologen gemeldet. Und bei einem Hypnotiseur, der dann aus gerade einfach Penis macht als Wort. Damit die Videos wieder ein bisschen Niveau bekommen, sag ich dann einfach mit dem Penis im Satz, damit das irgendwie so ein bisschen auch passt. Finde ich einfach ganz ansprechend. Naja, ich kann euch ja doch irgendwie so ein bisschen was über die aktuelle Aufnahmesituation hier erzählen. Das Video sollte ja doch so am Samstag kommen, wenn ich das richtig im Kopf hab. Vielleicht auch nicht. Kann auch irgendwann anders kommen. Eigentlich könnte ich das jetzt auch nachschauen. Mach ich aber nicht, weil ich bin einfach ein harter Dude. Jedenfalls, jetzt ist es noch so, es ist eigentlich der Tag, an dem ich anfangen sollte, meine Sachen in Kisten zu packen. Hab ich noch nicht gemacht. Chill ja einfach noch rum. Ist mir ein bisschen aufgefallen, ey. Guck mal, Lucky Cool Boy und Preston Cool Boy. Es gibt inzwischen Minecraft Gangs. Und das Krasseste an dieser Aufnahme. Wirklich das Allerkrasseste an dieser Aufnahme. Das ist super dupe mega krass. Achtung, es kommt. Achtung, es kommt. Achtung, es kommt. Ich bin hungrig. Ich bin hungrig, Leute. Ich hab in diesem Moment, zum aktuellen Zeitpunkt, Hunger. Mein Magen fühlt sich leer an. Weil ich auch einfach jetzt schon wieder in so einem Aufnahmemarathon aller Ernst und Güte klasse war. Und jetzt beschäftigen wir uns wieder mit den Minecraft Skins, die ich hier so in der Lobby begutachten kann. Wen haben wir denn hier? Das ist... Soll das Batman darstellen oder... Was ist mit ihm los? Er ist schon so ein bisschen gestört und auch vielleicht ein bisschen zurückgeblieben. Zumindest so, wie er schaut. Wen haben wir hier? Das ist Typ mit grünen Haaren. Der sieht sehr selbstgepixelt aus. Grandios und auch wunderschön erhindern. Das kann man eigentlich auch so machen. Ich brauche ja die Namen nicht. Das ist harter Typ. Ich bin hart. Oh ja. Guck mal, der andere macht mit. Eigentlich ist das... Kommst du... Geht er hinten ran? Von beiden Seiten? Das ist aber... Kommt noch jemand? Das ist... Kommt noch jemand drittes? Wer macht denn hier mit? Wie heißt der? Das sind die beiden Cool Boys. Das ist eigentlich ein bisschen irritierend, dass die beiden Cool Boys heißen und man hier in der Mitte so ein... Zeug macht. Aber... Naja. Das in der Lobby finde ich eigentlich immer ganz spaßig, weil dann... Ich mag das auch hier so ein bisschen rumzulaufen, rumzuschlawenzeln und ein bisschen meinen inneren Schweinehund rauszulassen. Was ist das denn hier eigentlich für... Die Katze läuft... Hä? Jetzt dreht Minecraft vollkommen durch. Ist das so... Sieht ja schon ganz schön gestört aus. Also... Ja. Freut mich total. Wann geht's denn wieder los? In 36 Sekunden. Das ist schön. Schön auch, dass dieses Video irgendwie... Minecraft Runner im Titel hat und man von dem eigentlichen Spielmodi... Im ganzen Video nur ein Drittel was mitbekommt. Also so von der Zeitaufteilung ist zwei Drittel Bullshit und... Du bist schon worden. Du bist schon... Ja. Komm, wir kommen mal in dich hinein. Ich war in ihm drin. Bleib doch stehen. Ich will... Bleib doch. Bleib stehen. Ich will in dich rein... Sam... Oder Samad. Samad. Okay, Leute. Konzentration. Wenn dann mal Spaß in der Lobby gemacht wurde, muss man so ein bisschen sein... Ich mach grad Yoga auf dem Stuhl. So ein bisschen seinen Hintern durchschütteln. Aufs Klo muss ich auch ein bisschen Hunger. Und aufs Klo. Es ist viel zu viel Information, die ich euch hier... Es kann doch sein, dass man am Anfang aus Versehen runterfällt. Wäre es dann nicht angebracht? Nur so eine Idee, mein Plex. Denjenigen auch wieder respawnen und nicht 3000 Meter in die Schwärze fallen zu lassen, um ihn dann als erstes umzubringen. Das fand ich jetzt ein bisschen heftig. Auch ein bisschen heftig dumm von meiner Seite aus. Aber ich bin enttäuscht von diesen Turfermechaniken. Jetzt ist nämlich nur noch Preston Coolboy drin. Ist das nicht der, der vorher von mir und seinem Kollegen... Ne, das war der, der mit begattet hat. Wenigstens ging die Runde schnell. Aber wie doof ist das bitte schön. Ich hatte gar keine Chance, hier was zu reißen. Ich hatte gar keine Chance, was zu reißen. Und jetzt sind wir einfach wieder an diesem Punkt angelangt. Ich sag's euch, wir sind einfach wieder an diesem Punkt angelangt, an dem ich bemerke, dass ich jetzt was reißen möchte. Ich möchte jetzt was reißen. Ich hab jetzt einfach... Ich will jetzt... Wie viele Achievements man eigentlich auf dem Server andauern bekommt? Ich lass mich leicht ablenken. Ich will jetzt gerne was reißen. Ich möchte jetzt auf dem Treppchen landen. In der nächsten Runde will ich auf dem Treppchen landen. Und wenn ich das nicht tue, dann werde ich sehr, sehr sad und fange an zu weinen und zu heulen. Und werde, bevor ich diese ganzen Sachen hier für den Umzug in eine Kiste packe, auch diese Kamera da... Ich fass sie mal an. Warte mal. Oh ja. Oh ja. Oh. Oh. Nee, ich fass sie nicht an. Das würde ich nie... Das hab ich eigentlich nicht. Ich bin nie so nah mit dem Finger an die... Egal. Ich bin... Egal. Mit anderen Körperteilen war ich bestimmt schon sehr, sehr nah an der Kamera dran. Wenn ich meine privaten Livestreams auf anderen schmutzigen Seiten mache, dann bin ich da. Würde ich... Das ist unglaublich. Was hieß es auch irgendwie? Ich muss mal wieder jemanden finden, mit dem ich mich unterhalten kann. Vielleicht unterhalte ich mich auch einfach mal im Chat. Ähm, 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 hey, guys and girls, I'm the MLG-Player, MLG over 9000. Der Jot antwortet einfach direkt mit WTF. Das ist schon sehr schön. Ich geb schon mal ein ganz gutes Bild ab. Dieses Mal vielleicht nicht gleich am Anfang runterfallen. Bei, weißt du, in der englischen Community, man macht ja deutsche Videos, da kann man sich ja auch komplett zum... Zum Affen machen. Ey, was ich von einem Typen denken würde, der halt eiskalt schreibt, I'm the MLG-Player, MLG over 9000. Oder irgendwie so ein... So ein Ranz. Da würde ich mir denken, was ist bei... Was ist bei ihm eigentlich irgendwie schiefgelaufen? Ja, das frage ich mich auch, was ist bei mir schiefgelaufen. Aber ich muss das jetzt gut verpacken. See? I'm the MLG on everything. Was mach ich auf diesem Server? Was? Ich werd bestimmt irgendwann noch blockiert. Ich werd bestimmt irgendwann noch blockiert, weil ich so eine... Ja gut, das ist eigentlich nichts Böses, was ich jetzt in den Chat geschrieben hab. Wir haben ja schon öfter über das Thema Trolling in Minecraft gesprochen. Minecraft? Warum spreche ich das plötzlich so aus? Ich weiß es nicht. Und das find ich witziges Trollen. Sowas find ich lustig. Wenn man einfach im Chat schreibt, das stört niemand beim Spielen. Das ist halt einfach nur dumm. Aber dadurch spielt niemand schlechter oder wird am Spiel gehindert. Der Einzige, der aktuell schlecht spielt, spricht mit euch. Was hat zwei Daumen und spielt schlecht? Ja. Ich. Bin ein bisschen frustriert jetzt. Ein bisschen resigniert. Resignation tritt ein. Die nächste Runde wird... Die nächste Runde wird der Moment. Kann ich euch vielleicht noch irgendwas in die Kamera halten? Irgendwas Lustiges, was ihr euch anschauen könnt? Und... So, Moment. Jetzt machen wir das mal so. So. Ich hatte mir... Was mach ich hier gerade? Das ist doch echt... Ja. Ich hatte mir immer zu wenig Doku in meinen Videos. Deswegen wollte ich einfach mal hier mir so eine Tesarolle aufhängen. Aber das hält wohl nicht genug. Dafür setze ich mal wieder ein Statement für den Kapitalismus. Nicht gegen den Kapitalismus. Ich verkaufe. Verbrauche. Einfach unnötig. Zewa. Äh, hier. Tesa. Nicht Zewa. Tesa. Tesa. So sieht's aus. Oh. Hier. Haus Party. Go to Party. Im Haus ist ne Party. Ich geh zur Party. Lass uns im Party... Lass uns hier Party machen. Haus Party. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Ich will Party machen. Was geht ab? Lass mich rein. Ich will Party machen. Du hast doch zur Party eingeladen. Wieso komm ich da nicht rein? Macht mich fertig. Vielleicht gibt's irgendeinen Secret Entrance, den ich einfach nicht entdeckt habe. Hintenrum oder so. Jetzt, Leute. Jetzt muss ich mich mal wirklich konzentrieren. Das kann nicht sein, dass ich absolut gar keinen Amal-G-Over-Profi-Mega-Hardcore-Skill abliefe in dieser Runde. Deswegen, jetzt ist der Moment gekommen, an dem ich beweisen werde, dass einfach ein Typ mega durch die Gegend laggt und mir deswegen meinen kompletten Run schon wieder versaut hat. Habt ihr den gerade gesehen? Wie er einfach so richtig durch die Gegend geruckelt hat, geleckt und mir dadurch die Tour... Das ist doch... Ey, im Ernst. So viel Pech kann man doch nicht mal haben. Jetzt hatte ich gerade das Bedürfnis zu schneiden. Eine Runde noch. Eine Runde noch. Ich war in diesem Video, und das ist ja jetzt schon eine weitere Aufnahme. Ich mein, als ich das erste Mal Runners hochgeladen hab, war's weniger... Ich hab auch irgendwie diesen Stütz-Move. Den mach ich viel zu oft. Als ich das erste Mal Runner hochgeladen hab, da hab ich das nicht... Das war das erste Mal. Und da war auch schon viel Bullshit in der Aufnahme. Aber hier ist jetzt nur noch Bullshit drin, aber dafür gar kein spielerischer Erfolg mehr. Das ist ein bisschen traurig. Auch schön wie... Komm, man muss mal die Lobby noch weiter erkunden. Es hat bestimmt noch kein Let's Player so viel von dieser Lobby in Videos gezeigt. Hier sind so drei Tannen, drei Bäume. Hier hat damals an genau diese Tanne hat Elvis Presley geschifft. Nach einem Konzert, da war er irgendwie echt traurig, weil er das hohe C in einem Song nicht gehittet hat. Und dann hat er genau hier hingepinkelt. Und das kann man immer noch sehen. Wenn ihr mal ganz genau hinschaut, dann seht ihr bei dem Block, dass da diese Textur ein bisschen dunkler ist als die da oben. Muss man echt sich mal anschauen, aber das ist so ein kleines Geheimnis. Hier hat Elvis Presley hingeschifft nach einem nicht zufriedenstellenden Konzert. Und ansonsten gibt es hier ja noch so tolle Sachen zu entdecken, wie Baumstämme, Kisten und irgendein kümmerlicher Versuch von der Mine. Und natürlich, wie immer, ein Schild, dass irgendein Parcours irgendwann mal kommen wird. Mein Plex, wann kommt dieser Parcours? Ich spiele auf eurem Server seit locker zwei Jahren jetzt bald. Und es ist kein Parcours da. Es ist einfach kein Parcours da. Und da solltet ihr euch auch ein bisschen schämen. So, guck mal, ich mache jetzt hier... Ich wollte jetzt gerade irgendwas Cooles. Aber, nee. So, guck mal, man kann hier nämlich auch sowas machen. Und dadurch voll die coolen Moves abliefern. Und mega lang, lang, lang alive bleiben. Das ist schon ziemlich sick, was es hier für kleine geheime Techniken gibt. Aber diese Technik, die hat man natürlich nur als eingeborener Mindplexler drauf. Also, wenn man wirklich schon Jahre auf diesem Server spielt, was ich ja nicht tue. Ich meine, ich habe es ja gerade nur gesagt, dass ich schon Jahre auf Mindplex spiele. So, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich einfach weiter diese total verrückten Moves hier mache. Ist schon gut, was ich hier so anstelle. Also, nicht ganz so beeindruckend, wie wenn man... Oh, ich bin schon auf dem Treppchen. Das ist ja ein Träumchen. Dass ich schon auf dem Treppchen bin. Wow. Wow. Was für ein Ende für so ein Video. Ich meine, es ist noch nicht zu Ende. Was ihr allein daran bemerken könnt, dass ich noch rede. Oh, was habe ich denn jetzt gerade? Das war... Oh, 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 oh. Das war mir auch ein bisschen erschreckt hat mich das. So, jetzt muss ich das hier... Jetzt ist aber hier schon... Das ist schon fortgeschrittenes Gameplay, was ich hier abliefer. Also, so verglichen, was ich mit dem vorher gemacht habe, ist das... Echt ganz nicer. Ihr wisst schon. Nicer. Okay. Nein. Ach, den Leap. Ich vergesse immer wieder von neuem den Leap, den man noch benutzen könnte. Aber auf dem zweiten Platz. Damit kann ich persönlich mich zufrieden geben. Und Bergman, der verfolgt mich auch einfach... Also, der Name Bergman verfolgt mich andauernd. Ich war auch bei einem meiner Arztterminen in letzter Zeit. Habe ich auch mal einen Herr Bergman, war da als Patient da. Das hat mich auch irritiert. Oder es gibt so viele Läden, die Bergman heißen. Bergman-Umzüge. Bergman-Post-Autos, die an mir vorbeifahren. Wie auch immer. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr mir das sehr, sehr gerne in Form von Bewertungen und Kommentaren mitteilen. Es war wirklich nah an der Grenze zum... Zu verrückt sein. Aber hin und wieder ist das ja in Ordnung. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Nutzt ihn. Tschüsschen. Tschüsschen. 574.